2112 euro rente nach acht jahren arbeit aber nicht für sie meine damen und herren mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24d meine damen und herren es blutet mir das herz wenn ich ihnen das mitteilen muss was man hier so liest was bundestagsabgeordnete nach schon einem jahr bundestagstätigkeit für rentenansprüche erwerben und wenn sie dann acht jahre in die rentenkasse wenn sie dann acht jahre dort gearbeitet haben im bundestag also zwei wahlperioden durchgesetzt kommen sie nach aktuellem stand 1.7 2023 mit den angehobenen diäten auf sage und schreibe 2112 euro diäten das müssen sie sich mal auf dem auf der zunge zergehen lassen dafür müssen sie als normaler arbeitnehmer weit über dem durchschnitt verdienen 60 70 80.000 euro im jahr und dann mindestens 45 jahre einzahlen dann haben sie auch anspruch auf solche ähnlichen renten meine damen und herren ich zeige ihnen das mal was die hna dazu hier veröffentlicht hat heute vor heute am 17 2 bundestagsabgeordnete erhalten 2,5 prozent ihres einkommens das ist die abgeordnetenentschädigung 2,5 prozent können sie mal ausrechnen das heißt also der bundes die bundestagsabgeordneten erhalten 10.591 euro 70 2,5 prozent davon sind 264 euro 80 also für ein jahr bundestagstätigkeit erhalten sie 264 euro 80 entschädigung ruhegehalt nach vier jahren sind schon 1059 euro das heißt also das ist genau der betrag den auch sara wagenknecht immer moniert wo sie sagt dass sieben millionen menschen in deutschland noch nicht einmal 1100 euro rente bekommen nach 40 jahren arbeit und nach acht jahren sind es dann sogar 2118 euro ich habe 2112 gerechnet ist ja auch wurscht letzten endes es ist eine riesen summe die die leute bekommen und im vergleich dazu so gibt es auch der rentenatlas der deutschen rentenversicherung preis für das jahr 2023 müssen sie wenn bekommen im schnitt rentner die 35 jahre gearbeitet haben 1384 euro rente pro monat meine damen und herren das sind die realen zahlen das ist ein schlag in das gesicht für alle menschen in deutschland wir die steuerzahler zahlen die kohle für die beamten und wir bezahlen die kohle für die bundestagsabgeordneten für deren diäten und die zahlen nicht in die rentenkasse ein die zahlen auch von ihren diäten nicht einen einzigen cent irgendwie in eine rücklage ein dass sie dann wirklich auch mit erhobenen hauptes ohne schlechtes gewissen zu haben zu müssen hier diesen anspruch generieren zu können ich finde das ist nicht in ordnung meine damen und herren und deshalb sehe ich es genauso wie der ehemalige oder der ditmar bartsch der ehemalige fraktionsvorsitzenden der linken der sagt das ist alles nicht mehr zeitgemäß abgeordnete müssen auch in die rentenkasse einzahlen das kann nicht wahr sein dass ein bundestagsabgeordneter nach vier jahren schon über 1000 euro diäten bekommt und wenn er acht jahre dabei ist dann über 2000 euro das sind alles dinge die sind unerträglich und dienen auch nicht dazu hier dienen letzten endes nur dazu dass die leute sauer sind dass sie es für ungerecht empfinden und vor allen dingen dass sie die aktuelle politik auch komplett ablehnen und immer mehr ablehnen meine damen und herren das soll es gewesen sein acht jahr 2112 euro nach acht jahren arbeit aber für die meisten von ihnen nicht näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf meinem kanal eine gerechte rente für alle generationen oder auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen alles gute schau ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel